Hallo Freunde, willkommen zurück zu, sagen wir mal, was sind die denn überhaupt, wie kennt ihr, ah, da seid ihr alle, ja, willkommen zurück hier zu Dragon Balls Universe 2, Michael beobachtet gerade den Kaioshin der Zeit, wie so auch immer, und dies scheint beunruhigt zu sein, und, naja, es ist wieder, wieder mal sehr, sehr viel los hier, in diesem wunderbaren, schönen, großen Spiel Tokidoki-Stadt, den wir vor wenigen Parts noch gesehen haben, live-action-mässig, he, er ist Michael, ich bin Michael, wir alle sind Michael, in diesem Sinne, ähm, ja, ich bin heute noch ein bisschen besser drauf als am letzten Mal, vielleicht hört man es auch, vielleicht auch nicht, das kann man natürlich, äh, wenn auch so ein bisschen die Parts, quasi, ähm, mit Effekten überlagen, kann dann immer ein bisschen unterschiedlich sein, ja, weil man auch gesundheitstern ist und so weiter, und ich will heute vor allem erst einmal noch ein bisschen, äh, was einkaufen gehen, Objekte und so weiter, Auslösung vielleicht auch noch, und dann natürlich mit der Hauptsache weitermachen. Soweit, so gut, die haben eigentlich sonst nix, wa? Natürlich vier Sterne, die ist natürlich schon geil, aber, alter, die Ausdauer! Dafür Schlag-Super-Griff, der ist neu, wa? Aber ich überlege gerade, war es nicht ursprünglich so, weiss ich nur, wer es eins, dass dafür die Kick-Explosion hochging? Und der Schlag-Super-Angriff einfach runter? Naja, ich meine, sieht schon episch aus, keine Frage. Gesund einfach auch aus, da runter, nee. Wir brauchen was Neues. Welcome, friend. Welcome, my friend. Ich weiss nicht, die Dinger hier. Trotzdem wären wir ein paar grössere, nicht schlecht. Wir haben genug Kohle, von dem her. Ja, langsam daher stehen Gruppen, wär gut, wa? Ja. Das wär vor allem, äh, bei gewissen Missionen ganz gut, wo man die Paare noch nicht heilen kann. Vielen Dank, Story-Modus dafür. Das ist zwar, äh, ist das schlecht, oder ist das nicht schlecht? Äh, ist natürlich immer so eine Frage, ja. Die mal noch mit, Gruppen-Energie-Kapsel. Ansonsten, warte mal, ich kaufe überall mal ein bisschen, was Besseres war. Knack gar nicht. Äh, meiss. Kraft-Kapsel, ich glaube die Gruppen-Kraft-Kapsel. Boah. Ne. Dann reicht's erst einmal. Du, 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 direkt mal ausrüsten. Du, 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 du. Attribute haben gar nichts mehr, ha? Löh. Aninvestiert. Gut. Sehr gut. Äh, falsch. Sehr falsch. Richtig. Besser. Die Kapsel M jetzt mal. So. Die lassen wir. Die lassen wir. Die raus, weil sonst Kapsel bringt sowieso nichts. Sind es hier nicht. Gut. Objekte hätten wir. Ähm, Story, ich weiss, ich weiss, wo wir hin müssen. Da ist der Teleport nach oben dort. Die leben doch alle hier in der Nähe, wa? Genau, Kostümladen. Teleport Station. Wir kommen gleich, wir kommen gleich, wir erstmal ein neues Kostüm haben. Wenn's irgendwie geht. Welcome, my friend. Magst du die dafür einsetzen? Ich muss kurz die Werte angucken. Äh, grünen Angriff. Ey, man geht ja mal rauf, schön. Kampfanzug, wie geht der? Ich bin nicht Fan davon. Kampfanzug, na, pack mal keine Hose an, okay? Ja, man kann's ja machen. Ausdauer hoch, letzter Schrei. Schon meine Hosen, wa? Wir haben irgendwie noch nichts Kluges, wie ich finde. Achso, letzter Schrei. Wie gesagt, die Auster würden nach oben gehen, aber das ist ja auch schon das Einzige. Ciao, Suiskleiden. Nee, es ist... Nö, da ist noch nichts los. So, es ist noch nicht viel. Das ist alles wie noch ein bisschen kacke, wa? Äh, warte mal. Geht's mehr zur Auswahl? Mal's verarschen. Na gut. Bringt nicht viel. Da kann man sogar auch weniger. Ah, die haben Rassen, wa? Auch mal zeigen meine Gelegenheit. Äh. Viel zu tun, wa? Quest Event da oben. Wir haben noch genug Zeit. Deswegen können wir mal ganz kurz noch vorbeigehen. Moment. Moment. Moment, da hin. Na, du, die sieht dich. Sehr schön. Wow, 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 au, au. Ja. Man sieht, ich bin schon sehr geübt darin. Aikanto? Chipo chap? Kanto, alter, hau dig, wie geht's denn so? Tada. Du, 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 du. Ja, man, warum nicht, wa? Michael gegen Ganto, der Himmel gehört uns. Saia-Ching gegen Punk? Nee, voll grinsen. Na, komm mal her, Kumpel. Wow, ernsthaft? Äh. Äh. Wir fangen auch was anderes. Hoffenbar nicht. Na, ich muss oder irgendein anderer gucken, aber... Ja, das nächste Mal wieder. Ja, vor allem sonst geht es zur Zerstörung und so weiter. Das irgendwie... Kann man machen, aber ich habe gerade die erste Wahl. Ja, ich meine, kommst du mal? Und dann komme ich halt. Fuck. Man schätzt immer, wie viel man dazu eigentlich machen müsste. Tja, Fallenschein Attack. Ja, viel mehr Key, Freunde. Viel mehr Key. Für meine Strategie. Der war geil. Maximal Loading. Äh. Hat ich mir meine Werte gesenkt, oder was ist los? Ist ja was 5 Energie voll. Für, äh, unumfacher Big Bang kann man mehr haben. Hä? Was ist los? Alter. Da. Bis wird es doch 6 Punkte bekommen. Für 1 Level Up. Hä? Ist irgendwo die versteckte Kamera? Crazy. Hm. Part 1, Let's Play zu Sinnerverse 2. Und, äh, ja. Man lernt immer noch dazu. Das soll auch so sein. Also hoffen, dass wir bis... Bis mindestens noch irgendwie Part 20 noch irgendwie mal etwas Neues erleben. Und aber vor allem natürlich ein Neues lernen. Dann müssen wir langsam überlegen. Okay, jetzt muss er doch langsam, sicher mal... Das Gelernte mit, äh, Intuition kombinieren. Und dann wird das schon geil werden. Hey, everybody. I'm starting a special class soon. You don't want to miss it now, do you guys? Okay, danke. Zwei Sch... Wie darf ich Dragon Ball schenken? Was sind so kranker Typen? Ähm... Rekkelin hält irgendwo... Ja, sie ist dort. Oben ist er, ja. Interessant. Äh... Anpassen. Ja, 6 Punkte. Ich habe mir echt irgendwie... Ich habe da nichts geändert. Also eigentlich... Ich habe da nichts geändert. Also eigentlich... ... f... Ich muss die Ende mal boosten. Ja. Ja. Jetzt irgendwo kurz eine Klinge hin. Hey! könnten sich diejenigen, die mir her suchen und die je Milch... oh nein! Ach du Scheisse die Milchlieferung! Nein. Und ein anderes Mal, vielleicht eher Milchlieferungen, glaube ich, Spinnen. Wir sind gleich da. Den gewünscht den Ort, wo du abwarten kannst. Ich muss, glaube ich, irgendwo überall ein bisschen hin. Kann mir auch so. Das ist ja auch mal geil. Ja, den gewünscht den Ort. Voll weit oben, das Kammehaus. Wenig Sau machen. Vor allem Kammehaus heisst, wo ist das Kammehaus? Hallo, ich sehe nichts. Schiesse. Ah, sie machen gerade, okay. Äh... Boah. Ganz oben, wo Elzen war. Jupp. Äh, okay. Okay. Wow. Alpha Wand, okay. Hey, Dender! Wer bist du? Jetzt bin ich erleichtert. Was? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Freezer! Freezer, Freezer! Wer ist denn da? Woher könnte das sein, oder? Der Oberälteste? So! Wieso bauen wir überhaupt Namekianer? Aha, nein. Stimmt. Entschuldigung. Wieso bauen wir überhaupt Namekianer so Kohlköpfe, sprich Gemüse an? Aber stimmt, das sind ja Bäume. Weil Namekianer ernähren sich gar nicht richtig. Die trinken einfach nur Wasser. Das ist ein Kohlköpfe, was sie brauchen. Ja! 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 Es ist doch Gemüse, hä? Nein! Ich nehme die Arzt, wo muss denn rein überhaupt? Nee, offenbar nicht. Hey, Nedel! Wie lange du noch kannst. Schön. Katscha! Ja, ich bin ich ja. Da ist Scha-CHA! Wild worden ist. Du, du, du. Ich bin ihm noch nicht begegnet. Du, du, du. Ich bin irgendwo eine Quest der Heil erfüllst. Du, 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 du. Dings Dingnäser, dabei scheit das. Hat das Haus noch zu leiten? Oh. Ich muss schon mal belohnt werden. Du hast mir ein Objekt, wenn der Charaktername Kianer ist. Du, 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 du. Voll verarscht. Jo. Schütz die Dragon Balls. Okay, Musik bedrohlich. Und jetzt? Vielleicht ist er werfen. Holt drei Dragon Balls zurück! Alter, leg mich im Arsch! Mit Freezer wohl gemerkt. Ja, das könnte ja nussig werden. Egal! Let's hold on! Wir können es tun! Wir können es tun! Früße euch dein Arsch! Früße euch dein Arsch! Und ich mag gerne Barsch! Äh, pfff, ich wollte gerade sagen, wo ich das überhaupt finde. Da ist die Quest ab, okay. Also gegen die zu kämpfen ist gerne mal unbedingt nötig. Ah, ich habe sie schon gesehen. Ich muss nur gucken. Oh nein, bitte! Du musst ihn für uns schützen! Ich bin sorry. Ich kann nicht meine Mission alleine. Lass mir deine Hilfe! Du hast die Geist, was ich sage. Äh, hier unten? Ah, doch! Ha, 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 ha! Also, du wählst zu sterben, wovor du dein Arsch! Tschüss! Nee, geht's eigentlich noch gut. Wir haben noch die Kameradenkapsel. Wir waren eigentlich am weitesten weg von allen, wahr? Oh, keine Ki mehr! Scheiße! Du wirst dich? Du wirst Smith oder? Du wirst dich? Du wirst dich? Ja, ich habe schon gesagt. Du wirst dich helfen. Ich bin zweit dabei. Du wirst die Kaai-Une sinn. Du wirst dich dann… sprawierst du Libraries hinterher? Ich bin zweit dabei. So. Dragon Balls, Dragon Balls, Dragon Balls. Au, au, au. Dragon Ball verloren? Ja. Nein! Dragon Balls, Dragon Balls. Dragon Balls, Dragon Balls. So, hui. Äh, scheisse. Na toll, wirkt bei mir nichts. So, ich weiss, ob ich eine andere Wahl nehme, vielleicht drauf geht. Ja, geht trotzdem weiter für mich, okay. Scheisse, der hat mich mitgenommen. Ihr kriegt mich nicht, die Alarmen enten. Ja. Have faith. Your latent power will soon awaken. Will soon awaken. Ah, ich nehme ein, äh, auf M-Niveau. Sehr schön. So. Beschütze die Dragon Balls. Die Oberhölzer kann ja vielleicht mal eine... ...verborgenen Kräfte erwecken und plötzlich 10 Level Absatz auf einmal geben. Wäre ja auch geil, wa? Wenn man's überlegst. Laden, 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 wir müssen immer laden, denn das ist unser Laden. Ja. Ich denke mal, es ist nicht sehr sinnvoll. Ich irgendwo, äh, versuche überall plötzlich, also sprich, äh, alle hier diese Mission, diese Besondermission auf diesen, ja speziellen Site-Events, wa? zu machen. Also vor allem gleichzeitig nicht, weil, wenn ich überall gleichzeitig hin muss und plötzlich einen so passen will und andere machen muss, dann ist das natürlich doof. Schwach geworden, weil wir eigentlich von hierher... Nö, 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 ist schon gut. Ist cool, Mann. So. Und, war das jetzt geil, oder war das nicht geil? Äh, äh, was? Muss doch alle anderen auch machen. Och, nö, Leute. Ja. Ey, wir machen vor allem deswegen Sorgen. Weil du weisst nie, was plötzlich passiert. Ich mein, äh, ja. Plötzlich heisst es mal, in allen fünf Orten, wo wir gerade sind, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, alle fünf Orten. Alle fünf Orten müssen nachzahlen müssen irgendwie hin, weil noch irgendwie was Spezielles ist. Das wäre scheisse. Du, 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 du... Äh, warte mal. Wo ist denn? Äh, ich suche gerade einen Laden für... Oh, meine Superseelen. Er hat ja noch jemanden gekauft. Du, 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 du... Welcome. Bei mir war sie nicht. Ah, doch. Totkull. Äh, äh, wir haben Linda, das wäre eigentlich schon mal geil. Gerade die Superseelen, keine Spezialeffekte. toll dankeschön bei eigenem k.o. stellt gefährten kiwi daher eigentlich k.o. gehen unbedingt kaioken aktiviert versiegelfähigkeiten dann tue ich auch scheisse ich habe das gefühl dass die ganze objekte noch kaufen können irgendwie ein bisschen schwächlich sind das neues habe ich auch nicht ein nice to have war es eigentlich auch schon schade leute wirklich schade ich habe es eigentlich freigespielt offiziell vielleicht kann ich jetzt noch mehr davon kaufen sagt ich einfach so nö das will ich nicht dass du dich kaufen kannst nicht mehr so du bist scheisse ist mir egal lege mich am arsch welkom aha ich dachte nur S nicht M seltsam egal freunde egal ähm wir machen jetzt weiter paar sind schon noch vorbei lege noch ein paar rum schwimm für die ich denke echt aber das doch jetzt schon hier hin muss ein ausbilder was ausbildungs event genau trainings event ja eigentlich auch noch ich habe mir trotzdem gut vorstellen dass ich hier irgendwie halt trotzdem weitermachen kann mit dem alten kaioshin aber es hat man schon zu wissen was da oben noch wäre ich könnte auch etwas total anderes sein ich könnte auch etwas total anderes sein geh mal zu hu hallo schade schade ich habe nichts draus Das Buh nicht gesagt, ey. Hi! Meiner bleib hier! Gute Frage. Äh. Bruder, bist du das? Nee. Er ist nur ein Doppelgänger. Ein Faker. Howdy! Was? Papier, oder was? Hey! Eee! Der vierte Älteste, okay? Oh Gott. Mr. Boo's aus. Mit Boo quatschen. Er fragt da ein Matchen ist, dieses Limit auf 10 erhöht. Ja, ist ja schön. Das ist super seelisiger auch noch. Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht einfach durchgehen. Äh. Wollt ihr schon was zu füten dabei? Mal gucken mal. Besuchen wir Mr. Boo. Hallo Mr. Boo. Was guckst du denn so? Na Mr. Boo? Äh, Marcin Boo? Mach Busser glücklich. Was will sie denn so? Dann kann sie noch mal nicht spielen. Ähm. Noch mehr als Freundin. Was? Äh. Seine Tochter. Sehr, sehr viel Essen. Über die einzelnen Buss. Was? Was wollten wir das? Juhu! Können Sie sich in einen Super Saiyan Dings verwenden? Äh. Noch nichts. Scheisse. Ich habe da noch nichts. Äh. Vielleicht finde ich jetzt irgendwie häufiger Nahrung draußen. Könnte ja sein. Ja. Sowohl zu Mr. Boo. Du du du. Ich komme jetzt ab. Es wird nicht so creepy geworden hier. Du hast Raum und Zeit. Geil. Wo willst du hin? Äh. Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal. Das wird für den Freezer-Clan sein. Das wird für den Boo-Clan. Das wird für den Namekianer-Clan. Das wird wohl für den Menschen-Clan sein. Und das hier für den Saiyajin-Clan. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann würden wir sagen. Näss ein paar Freunde. Gehen wir zum Freezer-Orbiter. Und gucken uns auch mal ein bisschen um. In dem Sinne. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.